oh die abkürzung hat der büb denn den büb gesichert ist aber cool hier ne das ist das ding das war es in der zone oh da ist stopp also was schön hier ist wie in amerika nichts geht mehr die dinger oder diese raffinerien die daten raffiniert ja oder nicht der zucker das sind die firmen weil nur in klein nur den kleinen nur den kleinen so ein bisschen hier rallye mal gucken wie gut ich bin kann ich bleib bleibt meinen auf die gar nicht da will ich jetzt kurz ja kommen aber nicht zu weit weg ja warum ich habe das letztens gemacht und fahre das lustig wie hat er den nicht beendet den 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 da halt dass du meine video größe in die größe größe gut ne ach mal mein motorrad hat es klappt sogar richtig gut wir sollten mal rallye fahren alle zusammen 24 stunden von irgendwie ich habe ich eine motorfehlfunktion habe ich jetzt auch da muss ich einfach immer nur schnell fahren das ist beim abliefern ein bisschen schwer doch muss er in einer heiligen abliefern nicht mal wissen ja jetzt play wir müssen alle gleichzeitig abliefern ich glaube ich bin gerade in dem anhänger drin ja eigentlich ganz coole führer hier die haben die texturen von innen vergessen besser als das mensch von der rückseite von einem haus ja stimmt wo man lang fährt wo man lang fährt so zufällig irgendwie also eine werkstatt aber ich meine wer so viele das kann man auch mal vergessen also das ja wenn man so viel zu tun hat und zweit uns gleichzeitig baut wir finden das schon gut kraft ist da sind das auch gut ich bleibe jetzt hier stehen genau das genau so gut wie ihr künftigen hau guck auf die füge mich nicht auch gar sie schnarcht kramen mit der füge kraft 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 ich bin erstaunlicherweise lustig nach dem Fimmel Rappammel Rappung Lärm Bimmel doch nicht ab dem Witz jetzt eben was jetzt geben was der französischen Staatsbahn von beiden Seiten Rauhau war ja auch noch hoh 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 wenn die Ehe genau Warnübergang gesperrt hier geht nichts mehr nicht mehr nichts geht mehr ich hab gerade mal ganz kurz ausgerechnet wir dürfen den Zuschauern so in 20 Minuten zum froh neun jahr gratuliert und zuerst ausgerechnet ok holen und gut oder Prozent es ist noch in den Ort gleicher Eier Jürgen hat er zuerst über die und die guten Rutsch in der Halle abend wird erst einmal Milch konsumiert guten Rutsch ins neue Jahr das mit Milch konsumieren heute Abend er damit zum Beispiel flutscht dafür brauchst du mir weil vielleicht nein weil heute Silvester ist ja ja ich weiß nein ich hab keine damit die Raketen schön schief fliegen auch aber das ist ein Regen hier seit fünf folgen wir dürfen nur 60 fahren und du fährst 10 Motor Fehlfunktion du Pissflinder dann krieg doch mal dein scheiß krieg doch mal dein scheiß Motor wieder flott du Kackstelze wie redet ihr denn miteinander ihr Idioten wir sind so freundlich wie redet ihr miteinander ihr Idioten wie er geschehen hat wie so ein Rocker es wird Zeit dass wir fertig werden Julian Mario das ist ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich schwöre ich schwöre auf Döner jetzt ist er wieder da der Hahn ich schwöre ich schwöre min ach man ich hör eigentlich will ich das gar nicht lustig finden aber es ist leider lustig Nein, bin ich gar nicht. Ne, aber überleg dir mal, ich würde es einfach so Carstens Haaren auf Französisch sagen. Mir fällt jetzt gerade so das Wort mit vier Buchstaben ein, aber das sage ich nicht. Hä? D-O-O-F? Doof? Ars? Nein. Nein, nein. Ars? Ars, nein. Ars ist es dann nicht, weil wir müssen also abfahren, ne? Ja, ja, sind wir schon lange. Ah, schön. Ja, war gut. Mir fällt das Wort mit vier Buchstaben ein. Arsch hat aber fünf Buchstaben. Ja, ich meine aber eins mit vier. Ey, der Tun ist ja voll eng. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Mit der voll rechts und links gegen die Wand und so. Boing, boing. Voll gesmashed, ey. Was ist denn das Wort mit vier? Assi. Ah. Dachte fuck. What the fuck? What the fuck? Marseille, you entered into the city. Yay, und ich bin nicht das erste Mal, sondern ich war hier schon. Seid ihr durch den Tunnel fahren? Ja, ja. Wie ihr das alles schon gesehen habt. Ja, guckt bei mir jetzt die Videos exklusiv. Da seht ihr ja sogar Marseille bei Tag. Ohne Regen. Ohne Regen, genau. Ich kann aber jetzt hier nicht so schnell fahren. Aha. Doch, Carsten, fahr doch mal so schnell wie ich gerade. Kann ich ja auch gerade nicht. Ohohohohohoho. Da kommt eine Kurve, ne? Eine Kreuzung. Ohohohohoho. Oh, das ist ein Palm. Palma. Ist ja mal schick. Ja, wir sind ja hier Mittelmeer, ne? Das böse Wort mit fünf Buchstaben. Hier gibt es im Übrigen auch... Oh, ich hab Licht aus. Okay. Hier gibt es übrigens auch einen Yachthafen. Ich glaub, das war hier. Nur weil gewisse Produkte nicht dem Qualitätsstandard entsprechen, darf ich ja trotzdem die reale Insel nicht. Doch, Palma, ja, weil das Produkt heißt ja nur Mallorca. Nein, das heißt Palma. Nein, 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 nein. Das stimmt so nicht. Eigentlich heißt das Add-on Mallorca. Ja, ne? Eigentlich heißt das Add-on Palma de. Nein, das heißt Mallorca. Da steht nichts Palma de. Ich hab's heute noch bei Twitter gelesen. Add-on Mallorca. Aber das Pressematerial heißt Palma de Mallorca. Ja, dann ist da aber irgendwo ein Fehler, weil... Das ganze Add-on ist ein Fehler. Dann hat da jemand beim Pressematerial aber Schieter gebrochen. Ich darf das, ich hab das nicht. Genau. Ja, da kopiere ich mir immer ganz gerne das Logo raus, deswegen. Ja, und da steht einfach nur Mallorca. Ja. Das Add-on heißt, wird auch als Add-on Mallorca angepriesen. Das schon. Angepriesen, ja. Ja, ist so auf Steam. Aber das Interessante ist, ja, Mallorca. Mallorca. Ja, wenn ich jetzt mal einen Teil, den der Carsten nicht freifahren muss. Doch, da hat er noch nicht alles. Doch, aber so steigen die Linie gelegt, wird die da hingelegt. Steinlinien? Erkundung bis zur Rechtskriege. Wie viele Linien hat das denn, die Steine? Ja, jede kostet nur 1 Euro. Ah stimmt, da ist noch eine Firma, die haben nur noch nicht freigeschaltet. Die Leute, die Freilchen. Ich habe eine Motorfehlfunktion. Du hast noch eine ganz andere Fehlfunktion. Deine Mama hat eine Fehlfunktion. Nein. Oh, das Hafen. Hä? Ja, er ist ein Hafen, richtig. Aber es ist dunkel und so. Ach guck mal, ich sag, Vibrator und der Motor springen wieder an. Der ist Lenkrad, macht auch mal so schöne... Da hier, ich muss noch in die Marina eben einsteigen, weil die habe ich noch nicht freigeschaltet. Das ist eine hier vom Hafen, die man da günstig irgendwie... Ey, das ist ja geil. Ach nee, kann man gar nicht... Auch schade, ich dachte, kann man runterfahren. Karsus finde ich jetzt aber auch schade. Was ist runterfahren, du musst erst mal ankommen, bevor du den PC runterfährstern. Ein Werkstatt. Werde, werde, werde. Mach doch mal auf schwierig, ne? Ja, mach du das mal auf schwierig, du. Ja, ihr könnt wer das nur halbe Karte kaufen. Du toller Typ, du. Du, du hammergeil. Ach, scheiße, die Garage ist ja ganz voran, na. Ja, ja. Ach, Julian, auch Julian, die Garage ist ganz woanders. Aber das ist echt schwierig hier. Aber wir treffen uns an der Werkstatt, oder? Ja, hier bei mir. Wenn ich dann übermorgen mal meine Fachtier eingeladen bekommen habe, bei der Punkt, wie wir echt asozial ist. Also der Punkt ist echt asozial gemacht. Wir haben es falsch, aber der Julian ist schon hier an der Werkstatt. Echt? Und der Karsten auch. Ja, einfach zurückgesetzt. Nein, ich bin da hingefahren. Nein, ich bin da auch hingefahren. Hast du das nicht gesehen, oder was? Nee, 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 ich hab das nicht gehört. War der Zeitfahrer, der noch an Bord ist. So, jetzt werde ich erstmal hier wieder Marseille freifahren. Oh, ist doch kacke. Nee. Kacke ist das kacke-wix ab die Station, ey. Ey, suchst du ja auch das Schwierigste daraus, ey. Ja, warum suchst du ja auch das Schwierigste daraus, ey. Ja, das geht normalerweise um die Einfahrung. Fahr doch nochmal zum Anfangspunkt und ändern nochmal. Ach, guck mal, hier ist auch wieder ein Busbahnhof. Gibt ja auch gleich Busbahnhof. Ja, hier ist ein Kussbahnhof. Eure Coach-Simulator. Ein Zopp. Zopp. Nee, kann sich jemand, der Karten wie Mallorca baut, mal so'n Zopp klauen oder so? Anschauen. Oder anschauen. Anschauen und verändert verwenden. Nee, aber Meils Problem ist, das sähe dann ja halbwegs gut aus. Ah ja, hier, die hab ich aber schon. Die hab ich doch schon, warum fahr ich die hinterher, ey? Die war ja noch nicht. Ja, ich aber, ich hab hier ja schon gekauft. Das sieht dann halbwegs gut aus, als ob ich passere oder mich ne Qualitätsanspruch. Oh, 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 von außen wird da aber. Oh, 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 oh. Wenn der jetzt, wenn der Josch gleich drin ist, dann sagt er, oh, 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 oh. Guck mal, hier kann man ja auch auf der anderen Seite wieder rausfahren, ey, oh, oh, oh. Hey, wenn du drin bist, macht's gleich, ist aber traurig. beim josh achts ja schön wer traurig wird so also Prozent Marseille Innenstadt habe ich jetzt freigeschaltet die Hälfte so sagt es gleich drin schön drin und mehr also wo sie muss in die Werkstatt das ist so gar nicht dort behalten die Elchil brauchen keine Folgezeit mehr aufklappern von dem er passt also so meine 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 Teilhöhre ja weil du unfähig bist da war ja was nicht nett ne finde ich nicht ist nicht nett Julian naja der Mario verträgt ist nicht nett Julian hört es auf zu regnen ne he 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 weiß ja dass das nur Spaß war ist aber nicht nett Julian der Julian ist ja auch die kleine Schwester von Scheiße nicht nett doch nett ist die kleine Schwester von Scheiße wenn ich nicht nett bin dann bin ich einfach nur ich du bist die Zwilling Schwester du bist nie nett oh das ist ja das fliegt mir nicht mehr so ja da ist einfach noch dieses Kacklepain drin 99 Cent Kacklepain ich denke also wie die Zeltas war schon für 6 Euro es ist irgendwie 6,50 Euro ja ich komme da nicht drüber hinweg irgendwie ist so vor allem das ist dann wenn Wasser teurer ist als Milch weiß ich finde das irgendwie traurig ich verstehe das auch irgendwie nicht das ist genauso wie bei Acra von Coca Cola das ist genauso die gleiche Abzocke bei mir regnet es ja auch willkommen im Club der Majo der wischt die trockene Scheibe so der Majo steht doof ach der fährt ja noch ach Mario wieso alle sind angekommen außer Mario so wir sind da ich glaube bis heute nicht schon der erste wer hat denn da den Rückwärtsgang noch drinne der Josch ne oh gar keiner ich höre nichts so leise ich höre es noch piepen ich höre nichts piepen ich habe D1 drin ich habe gerade noch mal geguckt ich höre gar nichts piepen hier ist so schön leise alles ich höre es aber auch piepen ja ich höre es noch piepen ja ihr habt ein Tinnitus habt ihr ja Tinnitus der piept aber nicht so jawohl hoch also ich bin es nicht ich bin es auch nicht jetzt bin ich was geht denn da jetzt ja schalt mal Eingang vor ja bitte das ist die D1 da die D1 schalt du mal Eingang vor ich piepe nicht ich verstehe bei mir Video all auf meinen Channel guckt da steht also ich habe hier nichts an jetzt habe ich was an ja fahr mal ein Stück vor aber auch wenn der Motor aus ist aha so ein Dreck ist so ein Dreck ist der Kerl Carsten du haltest den Rückwärtsgang aber was hat den Mario bitte für eine Funze ja es war schön dass wir jetzt alle wieder dabei waren und so beim nächsten Mal ist der James auch hoffentlich wieder am Start hier ne die ist oben drauf so ne mit Ultra Einstellungen was ist die das bitte für eins Funze hallo für Space heißt die ja das sind zwei Funzels ne vier Funzels drei Funzels ja drei Funzels vier vier Lampen die blinken Funzels das fand ich so heftig das sind voll die Funzels war so impressive voll geil die drehen sich wir sind jetzt fertig ja fertig mit Rettig dann wünsche ich allen einen schönen angenehmen Abend wir hoffen ihr hattet schöne Weihnachten und seid gut ins neue Jahr hereingekommen Gekommen fällt ihm schon schwer merkt man ne Gekommen ja er hat Gekommen gesagt hat er nicht gesagt reingerutscht reingerutscht Blutgrätsche ohne rote werden ohne rote eine Woche rote Blutgrätsche ja bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal ja tschüss tschüss tschüssi